Riegelau! 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 Was macht man hier? Was macht man hier denn? Was wirst du? Was? Welche Pfad überwirst du? Für Deutschland eins! HENRIIIIIIK! Riegelau! Hey, Hendrik, hey, sag mal, wart ihr schon mal beim Spiel? Anfänger! Anfänger! So, nochmal eine Frage an euch. Was drei macht ihr da? Wo machst du? Wir bewerten heute mal deinen Auftritt. Wir haben gedacht, wir machen mal was ganz Neues. Oder die Geschäftsstelle hat das vorgeschlagen sogar. Und von daher ist das ja mal gut, dass man euch bewerten kann, wie ihr singt. Also, eure Bewertung ist mir scheißegal. Wirklich. Ich glaube, weiß es gut, oder? Ja, da ich ja den Anfang machen darf. Oh ja! Ich glaube, ich brauch gar nicht singen, oder? Ich glaube, ich brauch gar nicht singen, oder? Ja! Ja! Weißer Strand, rein in den Flieger! Ja, das ist ein bespieler! Auf am Netz, warum heute? Wir sind einfach geile Leute Wir stehen am Meer hinter uns geben Es ist nur der, seit ich schlafen am Ende Es ist perfekt und das ist mein Leben Es wird mich nichts Besseres geben Scheiß auf den Job, scheiß auf das Geld Egal was ihr sagt, egal was ihr denkt Ich will nur eins, ich will mein Glück Alles egal, ich will alles zurück Scheiß auf den Job, scheiß auf das Geld Egal was ihr sagt, egal was ihr denkt Ich will nur eins, ich will mein Glück Alles egal, ich will alles zurück J exams werden, ich weiß, ich will money Je sehe nicht, bin ich will mine Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen mitmachen? Der Bob drauf! Kommt, der geht da noch ein bisschen her. Kommt! Die kennen doch alle, oder? Wer hat noch von heute noch nicht auf alle? Hä? Hallo! Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen mitmachen von euch? Hey! 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 Hi! !" They fit mal! She fell Camino. . And then, synagogue we 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 V Johnny Don't, Jeff, 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 Johnny Dez. Danke, Herr Philipp Wilke! Ja, das bräuchten wir bitte zurück, das war nur Teil der Show. Dankeschön, 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 Dankeschön. Wie war eure Bewertung? War okay oder? Geh mal zurück, war nicht okay? Was sagt ihr? War okay? Jetzt brauchen wir natürlich noch die Bewertung der Jury. Was willst du? Wie viel Geld hast du? Weiß ist tendenziell nicht schlecht. Ja, stimmt. Ich brauche jetzt ein Bier her. Ist weiß gut, ist weiß schlecht. Ja, wir wissen es gar nicht. Also ich würde mal sagen, ich finde, wir können uns auf die nächsten zehn Interpreten freuen. Also Raffi ist einfach ein positiver Mensch. Das liebe ich auch irgendwie. Nein, also einmal die offizielle Auswertung. Weiß ist gut, schwarz ist schlecht. Ein Wort. Katastrophe. Gut, aber das ist gut, du. Das ist gut. Schweiß. Okay, zweimal schlecht, einmal.